So und weiter geht's Kontakt Aufhalten bevor der Signalhorn lebt Immer den Einschuss Okay warte Warte bevor wir schießen Einfach erstmal gucken Ja warte wir gucken dran Okay ich hab einen hier sieert Der mit dem roten Pfeil drauf Ja schießen wir mit dem Pfeil drauf Okay ich hab was anderes Dann schicken wir zwei Soldaten Warte schießt du auf die andere Springer an Mach die Einer auf die andere Rechts 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 Die sind bereit Feuer Wir sollten den Seiteneingang nehmen Ich muss aber noch kommen Die haben die Die Möchte Die sind in den Die in den Hoffmann würde das mangelnde Sorgfaltspflicht nennen. In der Renn ist der um einige praktisch mehr als der andere Renn. So, mach das auf! Er war ein Kurschen. Eigentlich ist es oder uneigentlich? Uneigentlich aber ist auch gut. Wenn ich wieder da bin. Wir sollten uns einige Vorräte schnappen! Alter! Da ist ein Krabbelplatz! Geht's auf! Hier muss es zum Hauptkomplex gehen. Haben wir alle das Zeug? Ja. Haben wir alle das Zeugnis? Sie haben auch geachtet, wenn wir sie nicht tun. Und so. Das freut mich mal. Ach du Scheiße! Wir können verglücklich, dass es uns nicht sofort erwischt! Ja! Wenn wir diese Geschubstürme nicht schatten, kommen sie nur als nächstes! Feinden Sie! Abschauen! Spielebelebung! Aufstehen! Einfach wird mit einem Wein rumfuchzen und schauen als alles er lebt! Abschauen! Ich stehe auf dem Boden. Er ist tot, er ist tot, er ist tot. Das will ich doch machen, ich wollte die doch reden. Und ich muss wirklich... Okay, er nimmt es auf, aber sehr leise. Also, laut sprechen und schlatter Momente. Noch mehr, Freunde! Schaff sie dir! Einer zu Hilfe, bitte. Du hast was gut. Benötige... Wir machen den Kursplatz, oder er macht uns Platz. Abern. Oh nein. Ich weiß nicht, wie es hier ist. Wieder für den Jahn. Die haben wir den Jahn. Uff! Unbehnötige Hilfe! Uff! Ah, shit! 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 Wir haben ihn vergessen! Einer zuheben, bitte! Huh... Hast hätten wir den Schiffern vergessen? Halt mal lachen! Das war jetzt nicht ganz so gut! Was? Was, der übersteffert war jetzt! Ob bist du denn so leise, wenn du ihn spürst? Oh, kommen wir weiter? Wir müssen jetzt gleich noch einmal... Wir lassen hier gleich noch einmal... Ja? Doch, irgendwie kommen wir weiter... Ich gehe einfach mal um die ersten Falle an! Feindliche Verstärkung! Gräber! Uff! 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 Sooo... Gut, dann haben wir es geschafft, glaube ich, oder? Uff! 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 Was ist das? Was ist das? Wiederbeleigung Was ist das? Aufstehen Wo geht die da? Ja, aber ich bin mal reisegesprochen Ja, mein ich Also, es ist Hardcore Aber es ist nicht so schwer wie Und wenn wir uns zusammenreißen Würden Würden wir uns auch besser schaffen Feindliche Verschärkung Ich weiß mir immer Diese Bereinheit Es ist einfacher als vorher Oh ja, zur Hölle! Sie sollten uns keine Spielsachen mehr geben Wenn ich meine Erreinheit Entweder, wenn ich weiß, was ich weiß Wut das mal Aber das ist ein Wunderbar Dohne! Dohne! Tera! Sie sind in den Nebel! Tera! Wiederbeleben! 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 Hey! Wir haben so gerade die Wurzeln vorgegeben. Oder Bert kommt hier? Ja, Bert! Armut, Bert! Komm her! Gehen wir den Nebel! Halt! Scheiße! Söhn! Söhn! Oh! Oh! Das ist der erste Gesicht. Oh nicht. Oh nicht. Der Gitar schießt nicht aufs Ruchtegischloch. Ach, den kann man schon liegen. Ah, nur der Witz ist ja so. Du schießt nicht recht in die Erde. Du schießt nicht recht in die Erde. Da ist doch ne Mauer. Der ist doch ganz ungünstiger. Der hat den direkt an der Mauer stehen. Du bist gut. Wer hat uns denn da jetzt gekillt? Der kann doch nicht äh... Nehmen wir es mal so. Janik wurde abgesch... Dödelos wurde abgeschossen. Dann wurde ähm... Ich... Abgeschossen, weil ich ihm helfen wollte. Und dann ähm... Ja, ich bin noch mal kurz fast zurückgeschlagen. Und dann ähm... Ja, ich bin noch mal kurz fast zurückgeschlagen. Und dann... Ja, ich bin noch mal kurz fast zurückgeschlagen. Und dann... Aure Hilfe! Aure Hilfe! Danke. So, warte, direkt hier weiter. Mit der Yula. Aure Hilfe! Aure Hilfe! Aure Hilfe! Ich bin noch nie wütend. Aure Hilfe! Da bin ich noch nie. Ach so! Aber... Da bin ich noch nicht fürs Zipon. Aure Hilfe! Eine... Aure Hilfe! Aure... Aure! Aure! Aure Hilfe! Aure! Aure! Lass dich nicht stören. So, nun sind wir wieder etwas stärker. Eins muss man den Maden lassen. Sie bauen für die Ewigkeit. Irgendeine Idee, wo wir hier sind? Ähm, in der Scheiße. Bis zum Hals. Ja. Warum muss der Hoffmann sich auch ans andere Ende dieser Misswelt davon machen? Ich will nur hoffen, dass der Alte noch lebt. Wann hatten wir das letzte Mal vom Kontakt mit dem Ambustor? Vor über einem Jahr. Wenn er tot ist, behält Bernie die Diskette. Aufpassen! Da drüben ist ein Kahn. Mal sehen, wo er landet. Alles nur, um diesen hohen Heißfluchtballon zu kriegen. Nicht schief. Der Heißfluchtballon wackeln. Dein Schlaf. So, und wir haben eine Zeit. Zum letzten Minuten. Ja, der Heißfluchtballon hat auch einen Faul. Er hat nicht verdammt gekämpft. Er hat nicht verdammt gekämpft. if slaughter escuches mit幾ter Hals. Ja, die sehen auch sehr mild aus. Japan lives off. It's good! Ja, danke. Zu spät! Zu spät gesagt wird uns in drinnen bleiben. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass die korrupten Weglein wegsprengen. Ja, das war sehr passiert. Oh, das war der Fall. Oh, das war der Fall. Oh, das war der Fall. Ja. Ich weiß diesmal nicht. WAH! Ich sehe jetzt Cola immerhin gespürt. Einfach mal einfach den ganzen Fußlaufen. Ich weiß nicht, dass wir das nicht haben. Nach der nächsten Salbe laufen wir los! Jetzt! Okay, jetzt! Jetzt! Nach der nächsten Salbe laufen wir los! Ich hör's! Jetzt! Nach der nächsten Salbe laufen wir los! 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 Das wäre doch immer ein super Timing! Also einfach fertig! Nach der nächsten Salbe! Los! 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 Der kann nicht sterben, also ... ... dann fressen die ... ... dann fressen! Okay, jetzt! Endlich! Der Khan scheint zu verschwinden! Wenn wir Glück haben, halten sie uns für tot. Und wenn wir Pech haben, holen sie bloß Bomben-Nachschutz. Okay, lasst uns die Rampe da raufgehen und sehen, wohin sie führt. Wir müssen wohl auf den Ton da rauf. Das denke ich auch. Bert, bist du ganz sicher, dass du diese Monsterblase steuern kannst, wenn wir sie haben? Ja, Pässerchen. Schließlich ist Blasen kontrolle nicht eben deine Stärke, nicht wahr? Einmal. Es ist ein einziges Mal passiert, okay? Wie dem auch sei. Ich hab das Navi aus dem havarierten Khan mitgenommen. Ein Direktflug zum Ambustor. Einprogrammiert und bereit. Hm. Gute Arbeit. Okay, finden wir einen Weg zu diesem Tuch! So, das kann ja jetzt was werden und... Cut! ... ... ... ... ... ... ... ... ...